Servus und Hallo zum Vlog, hier auf MabacheTV. Tja, ich sage euch, die letzten zwei Wochen waren sehr busy. Ihr habt es zwar nicht gemerkt, weil ich schon ganz brav vorgefloggt habe, passiert nicht zu oft. Nein, diesmal war ich wirklich beschäftigt. Ich hatte mein erstes En Garde-Festturnier. Siegreich natürlich. Dann war ich Zeuge, wie sich ein paar steinharte Kerle von einem kleinen 16-jährigen Mädel im Rolli aufmöbeln ließen. Das Ganze läuft unter dem Motto Rollstuhl-Rugby. Harte Sache, schnelle Sache, wilde Sache. Dann gibt es auch noch Basketball und Zumba. Es war auf jeden Fall eine spannende Woche. Ich war nämlich in Wales bei einer Messe namens Integra. Dort habe ich moderiert eine Sportbühne und da habe ich wirklich sehr, 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 sehr viel Sportarten kennengelernt, die von behinderten Menschen ausgeübt werden können. Ich war selbst überrascht über die Vielfalt und es sind auch ein paar wirklich coole Sachen dabei. Und die zweite Woche, also das war vor zwei Wochen, und folgende Woche war ich im Ländle. Ach, man muss es einfach lieben. Abgesehen von den ganzen Bergen und den Leuten, die immer alle grüßen. Hallo! Grüß dich! Servus! Hallo! Guten Tag! Hallo! Alle! 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 Alle auf der Straße! Jeder! Nach drei Tagen habe ich schon daran gezweifelt, ob ich jemals woanders gewohnt habe. Man glaubt, man ist zu Hause. Man kennt niemanden. Aber sie grüßen sich alle. Immer höflich. Boah! Ach, dann lobe ich mir Wien, wo alle stur, starr und ausdruckslos in der O-Bahn sitzen und nur versuchen, mit niemandem in Kontakt zu bringen. Wie schön ist es doch zu Hause. Aber ich war ja nicht zu vergnügen, in Vorarlberg. Nein, ich habe einen Workshop gehalten für FSJ, freiwillig soziales Jahr. Coole Sache, wenn man noch nicht genau weiß, nach der Schule oder man umsteigen möchte, was man denn werden möchte. Und ja, da kann man dann eigentlich ein Jahr lang ausprobieren, ob die Sozialschiene etwas ist für einen. Und ich habe da einen Kurs gehalten und habe die jungen Menschen mit dem Rolli über die Stiegen runtergejagt und wieder rauf. Habe ihnen, ja, noch viele andere Dinge angetan, die ihnen scheinbar gefallen haben. Und ja, was gibt es zu sagen? Beide Wochen waren hervorragend für mich. Ich hatte viel Spaß. Es war sauanstrengend. Aber beruflich gesehen nicht schlecht. Beideweise beruflich. Vielleicht wissen das nicht alle, aber ich bin selbstständig. und wer Social Media Beratung oder einen Workshop im Bereich Accessibility haben möchte, kann mich anfragen. Ja, das wär's für die Woche. Der Sommer ist wieder da. Darum viel trinken, Wasser, gesund, in Wien äußerst bekömmlich. Nicht vergessen, Sonnenschutz auftragen. Unser Wolverine, der gerade wieder im Kino ist, hat ja seine Blessuren. Und das ist kein Spaß. Deswegen eincremen, viel trinken und rausgehen und am Handy jeden Freitag ab 16 Uhr. MabacherTV. Denn wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn ihr wollt, ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal. Same time, same station. Mein Name ist Martin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Hier auf MabacherTV. Servus.